So ihr Lieben, es ist ja nicht so, dass ich auf meine Zuschauer nicht hören würde. Nachdem hier mehrheitlich der Wunsch geäußert wurde, dass ich mich für morgen hübsch mache für euch, komme ich dem ganzen ersten Mal heute schon nach. Allein deshalb so früh natürlich, weil ich genau weiß, dass das jetzt nahe wieder eine blutige Angelegenheit wird. Ihr sollt aber ruhig mitkriegen, dass ich leide für euch. Nichtsdestotrotz nutzen wir die Zeit doch einfach, um ganz allgemein ein paar Themen miteinander zu besprechen. Zum Beispiel wurde gerade vorhin in der Gruppe das Argument aufgeworfen, dass es ja alles nichts bringt, wenn wir die Gesetze ändern, weil es sich alle an die Gesetze halten. Da habt ihr vollkommen recht. Aber zuerst brauchen wir die handhabbaren Gesetze und dann kommt natürlich der eigentliche Teil in Betracht, nämlich, dass wir als Hüter dieser Gesetze fungieren und den Finger in die Wunde legen müssen. Wir müssen Richter daran erinnern, über Berichterstattung, dass vor dem Gesetz alle gleich sind. Wir sind diejenigen, die die Richter darauf hinweisen müssen und die Staatsanwälte, wenn Mängel passieren. Natürlich wäre das auch Aufgabe von den Anwälten oder der Anwaltschaft, aber das Thema haben wir ja schon besprochen, dass die Anwaltschaft oft genug den Mut verlässt, um die Wahrheit zu sagen. Die Wahrheit ist, in diesem Land läuft so viel falsch, aber wir sind immerhin auch Deutschland. Das wisst ihr ja. Größere Generalstreike oder so kennen wir aus dem Fernsehen, aus Frankreich, aber nicht aus unserer Realität und ehrlich, wenn man uns die Kinder nimmt, wie sollen wir denn dann bitte noch den Staat mit irgendetwas bedrohen? Ich meine, es ist der Staat, der uns das Wichtigste raubt, uns dabei noch nicht einmal ein schlechtes Einvernehmen oder ein schlechtes Meinungsbild von sich hat. Was können wir aber tun? Ich meine, ich habe mir was dabei gedacht, als ich Activa News gegründet habe, unabhängig von der Frage, ob ich mal wieder als Anwalt arbeiten werde. Die Lust ist nach wie vor da. Der Bedarf, so scheint mir, wird jeden Tag größer. Aber es ist die juristische Berichterstattung, die oftmals von der Presse fehlerhaft wahrgenommen wird. Das beste Beispiel ist ja der Blödsinn, den die Zeitung über den Konrad-Machprozess gebracht haben. Voll am juristischen Problem vorbei. Eigentlich gar nicht dieses Verfahren besprochen, sondern nur das Thema Reisbürger. So ein Schmarrn. Ich meine, dann hätte man den Artikel ja gleich lassen können. Denn das Spannende ist doch die Frage, haben die zwei sich strafbar gemacht? Ja oder nein? Und jetzt sind sie Reisbürger oder nicht? Außer natürlich, in diesem Land wird man als Reisbürger allein deshalb bestraft, wenn man Reisbürger ist. Ich möchte das jetzt an dieser Stelle gar nicht großartig thematisieren. Falls ihr euch wundert, warum ich im Übrigen jetzt ein zweites Mal mich rasiere, ganz einfach beim ersten Mal Jetzt geht es darum, die groben Bartstoppeln wegzukriegen. Jetzt geht es darum, den Bibipopo herzustellen. Also, juristische Berichterstattung ist ein wesentlicher Pfeiler meines Versuchs, diese Welt zu ändern, zu etwas Besseren hinzuändern. Der Gestalt, dass Kinder nach Hause kommen. Aber natürlich So, jetzt ist es passiert, geschnitten, juhu. Natürlich gibt es noch den dritten Part. Und das seid ihr. Nämlich die Unterstützung, indem Mitteilungen und die Öffentlichkeit also an sogenannte etablierte Medien getragen werden. Denn je mehr Stimmen, die Wahrheit verbreiten, desto weniger können sich die großen Zeitungen und Zeitschriften und Fernsehsender dieser Wahrheit verbreiten. Und das ist eure Aufgabe. Zusammen mit euch müssen wir als Juristen und Journalisten die Wahrheit so oft sagen, bis sie jeder kennt. Und dann hoffe ich doch, dass sich zeitnah mal ein bisschen was ändert. Und wer jetzt sagt, ach, Langhans, tausendmal probiert, da ändert sich nichts. Wer es nicht probiert, meine Lieben, der wird definitiv keine Änderung erreichen. Wenn euch meine Rasurgedanken gefallen haben, teilt mir es mit. Können wir gerne öfters machen. In diesem Sinne, Servus. Servus.